Das ist ein Aschenbecher für Reif. Guck mal, der Garten. Die waren reduziert. Wo hast du die gekauft? Das ist für Reif und dass es für euch zusammen ist. So, das ist die ganze Farbe für das Ding. Ganz vorsichtig. Das ist richtig vorsichtig. Und hier ist Zucker drin. Brauchst du den für die Küche? Ja, nimmst du auch Zucker. Oder nimmst du auch Zucker? Nein. Nein? Nein. Ja, das kannst du in die Küche. Ja. Ayan, guys. Dami na naman dalawang yung abubot nung kapatid ng asawa ko, guys. Mabait siya, mabait. Madami na naman siya ang mga damit na pinabigay nga. Unboxing. Unboxing. Ayan. Mayaman ito, guys. Mayaman. Kaya kailangan kaibiganin ito. Mayaman, madami pera. Mayaman. 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 angucken. Birgit, guck mal meine Werbung an. Pass auf. Es war teuer. Es ist teuer. Du bist ja auch teuer. Du bist ja auch teuer. Ich bin teuer. Ich bin ein Ungeheuer. Ungeheuer. Vorsicht. Die Ungeheuer. Reif mir die Augen verbringen. Ich kenne die. Oh, oh. Oh, ja, für dich, ich habe das voll gemacht. Mama, Mama, sind Sie da noch ein paar Meter. Na klar. Ich habe gedacht, ich würde gerne einen Kuchen essen. Na klar, ess mal was. Ich such, nimm. Ich habe immer nichts zu essen. No, du arme Berge. Oh, habe ich den Preis noch dran gelassen? Ja, doch, hast du. Nein. Proof. 20 Zentimeter steht da drin. Mehr steht kein Preis dran. Nehme ich den weg. Oh, Töller. Da, guck mal. Was benutzt man die? Nein, genau. Von Deko. Was ist das schon? Ein Teller. Das ist eine Vogeltränkung. Ah, wow. Ja, die freuen sich bestimmt. Wusste ich ja nicht. Kann man auch sagen, das ist ein... Und da habe ich gedacht... Und da habe ich gedacht... Die tut la gerne Tobik, dass ich innen mir auch mal etwas E-Bull. Habt ihr es da rein? Die Vogeltränke... Nee, nee. Kommt. Wird hingestellt und daneben ringsrum werden drei Blumen hingestellt. Ah. Und dann fühlen sie sich wohl. Und wackeln die Eier. Genau. Die Eier wackeln. Finde ich gut. Das ist schön. Das ist süß, ne? Ja. Das ist wirklich... Wo hast du die gekauft? Im Laden. Ja, wo im Laden? Im Baumarkt. Im Baumarkt? Mhm. Magst du die Eier? Ja. Habt sie ja noch nicht, ne? Ja, ne? Ja, wo geht die Eier? Das ist so teuer, Birgit. Das kann ich nicht leisten. Ich bin nur eine arme Frau. Ich auch. Die Spinner. Ist doch wahr. Ist doch wahr, Birgit. Du wirst ein Spinner. Und mein Auto ist teurer als in dem Garten da. Mein Auto ist teurer als da im Garten. Den Garten kriegst du hier kostenlos. Brauchst du nur noch schick machen. Was? Schick, 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 schick. Ja, wirklich süß. Dann kannst du ja morgen oder wir machen das morgen. Ja. Ach. Reiko. So, nachher machen wir ein Baxing. Und das hebst du auch, ne? Ja, die heb ich immer auch. Die schmeiß ich nicht weg. Das kann man auch mal benutzen. Oh, schmeckt das? Schmeckt das noch? Oh, lecker. Willst du mal ein? Nein, nein. Ich bin satt von Eis. Ich hab Eis gegessen. Das kann ich ja jetzt nicht wegschrauben. Ich habe mir auch mal ein Baxing. Ich bin impatient. Vielen Dank.